Wow, einmal durchatmen und ja, das wird es wahrscheinlich nicht bringen, das wird nicht reichen. Man wird heute noch eine ganze Weile über dieses Spiel nachdenken. Ich will gar nicht wissen, wie die Spieler heute ins Bett kommen. Wenn ich einer der Spieler wäre heute auf dem Platz, dann wäre ich mit Sicherheit heute Abend noch eine ganze Weile vor dem Fernseher und würde mir dort das Spiel und die Highlights noch tausendmal reinziehen, weil es einfach nichts Geileres gibt, als ein Spiel so am Ende zu gewinnen, dass er am Anfang meiner Meinung nach noch nicht mal wirklich richtig gut war vom HSV. Der HSV kam nicht so gut ins Spiel. Karlsruhe hat die Räume gut zugestellt, hat sich da wirklich sehr gut angestellt, was die Defensive betraf. Der HSV hatte wenig Ideen und war kurioserweise sehr anfällig bei langen Bällen. Lange Bälle waren immer wieder gefährlich und zwischendurch musste dann auch Daniel Heuer-Fernandes einmal in allerhöchster Not retten. Sebastian Schonlau mit einer sehr gewagten Grätsche, aber natürlich dann auch sehr gekonnt, wie er den Ball da abgegrätscht hatte. Also da hätte es schon früh 0-2 stehen können aus HSV-Sicht oder vielleicht sogar 0-3, wenn die Karlsruhe da ganz konsequent sind. Und der HSV selbst, er brachte nach vorne sehr wenig zustande, weil man eigentlich immer wieder die Lücken, die man hatte, nicht zu nutzen wusste. Elf Schüsse der Karlsruhe in der ersten Halbzeit gab es zu verzeichnen. Drei für den HSV, wenn ich die Statistik richtig gelesen habe. Das ist natürlich dann nicht die Bilanz, die sich der HSV so vorgestellt hatte. Und am Ende kam es dann ja auch so, wie es eigentlich nicht kommen sollte, denn der HSV lag plötzlich zurück. 0-2 sogar. Es 0-2 fiel und der HSV glich nicht aus, sondern kam natürlich schnell zum Anschluss. Ihr merkt, ich bin immer noch selber so ein bisschen auf Puls, aber der HSV kam zumindest sehr schnell zum 1-zu-2-Anschlusstreffer. Jacques Vietatze mit einer schönen Flanke und Kollege Robert Glatzel dann mit einem, wie ich finde, wirklich sehr gekonnten, sehr überlegten Kopfball gegen die Laufrichtung des Keepers, der heute ein richtig gutes Spiel machte auf Karlsruher Seite. Das 1-zu-2. Ja, und dann war das, was eigentlich nicht passieren sollte, nämlich der HSV lief an und verschoss einen Elfmeter. Ausgerechnet Sonny Kittel, der im Moment so ein bisschen unglücklich wirkt. Er wirkt so, als will er. Er will immer wieder, aber er kommt nicht so ins Spiel. Er kriegt das Spiel nicht so sortiert, wie er es vorher sortiert bekommen hatte bis zum, ja, wie soll man sagen, bis zu den letzten zwei, drei Wochen. Da hat er so ein paar Schwächephasen in seinen Spielen, aber davor war er bärenstark und ich bin mir sicher, dass er auch zurückkommen wird, weil die Mannschaft ihn aufhängt, so wie die Mannschaft es heute auch gemacht hat. Denn diese Mannschaft ist eine Mannschaft. Diese Mannschaft, sie spricht nicht nur davon, sondern sie ist eine Mannschaft und sie spielt auch so wie eine. Sie kommt immer wieder zurück. Das 2-zu-2 in der Schlussminute wiederum durch Robert Glatze. Einfach bärenstark. Das kann man nicht anders sagen. Da muss man einfach sagen, dass der HSV sich dieses Tor absolut verdient hatte. Er hat sich diesen 2-zu-2-Ausgleichstreffer verdient. Das zuvor natürlich bei der Elfmeterentscheidung ein wenig Glück dabei war. Nicht jeder Schiedsrichter pfeift diesen Elfmeter, aber man kann ihn pfeifen. Man muss ihn nicht pfeifen, aber man kann ihn pfeifen. Und ich bin mir ganz sicher, dass der HSV den Elfmeter hier normalerweise auch hätte nutzen können. Wenn nicht so viel Pause dazwischen gewesen wäre, wenn der Schütze mit dem Ball in der Hand die ganze Zeit auf dem Elfmeterpunkt steht und wartet und warten muss, bis er denn endlich schießen darf. Ja, da wächst die Nervosität natürlich ein wenig an. Und das alles, je länger es dauert, ist eigentlich immer mehr der Vorteil des Keepers. Trotz allem, das von der Kittel ist eigentlich cool genug, als dass er den reinmachen konnte. Heute hat er ihn leider nicht reingemacht. Er hätte den letzten Elfmeter mit Elfmeterschießen geschossen. Das nehme ich schon mal vorweg. Das spricht schon wieder für ihn. Aber er musste zum Glück nicht mehr antreten. Und ich bin auch ehrlich gesagt ganz froh, dass er heute nicht mehr antreten musste, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob das dann am Ende auch geklappt hätte bei Sebastian Schonlau, der auf mich wirklich müde wirkte. Schon Mitte, Anfang, Mitte der zweiten Halbzeit wirkte ein bisschen platt. Da war ich sehr überrascht, dass er am Ende dann sich immer wieder in die Offensive mit eingeschaltet hatte. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, war Jonas Meffert dann der, der ein bisschen abgesichert hat, der einfach noch etwas fitter war als Sebastian Schonlau. Und Schonlau konnte sich dann halt vorne dementsprechend eher mal ausruhen. Das kann man natürlich hinten in der Defensive nicht machen. Wenn man einen schnellen Gegenstoß kriegt, kann man nicht sagen, Leute, ich bin gerade ein bisschen platt. Ich muss mal kurz durchschnaufen. Insofern hat der HSV hier alles richtig gemacht. Hat hier am Ende dann auch den Druck nochmal erhöht. Über Bacqueriata vor allem, der heute wieder sehr unglücklich spielte. Bis zum finalen Pass halt immer gut. Aber dann, was er da an macht. Also die Schüsse. Also das ist schon wirklich wie ein Wildlieb. Und wenn er dann auch noch die Pässe einfach nicht am Mann kriegt. Aber er hat den einen Pass. Und das ist das Entscheidende. Er hat den einen Pass in der 90. Minute auf Glatze. Den bringt er dann endlich so, wie man ihn bringen muss. Der Ausgleichstreffer von ihm vorbereitet. Und dann in den 30 Minuten in der Verlängerung war er dann einfach ein Antrieb. Er hatte einfach Power. Der Typ ist einfach eine Maschine, was das Körperliche betrifft. Die Physis, die er mitgebracht hat. Genauso wie Joscha Wagnermann, der eingewechselt wurde auf der rechten Seite. Er hat auch nochmal ordentlich Dampf gemacht. Also da mussten sich die Karlsruhe in Unterzahl. Ja, bei dem Elfmeter gab es eine gelb-rote Karte. Da mussten sich die Karlsruhe schon mächtig strecken, um dagegen zu halten. Und das war dann am Ende auch gelungen. Bis zum Elfmeterschießen. Wie gesagt, Karlsruhe, denen würde ich einfach mal ein richtig gutes Spiel attestieren. Heute Pech, dass sie die gelb-rote bekommen haben bei dem Elfmeter. Ich bin mir gar nicht sicher, warum das jetzt eigentlich immer gelb-rot geben musste. Warum er da gelb kriegen muss. Ich habe mir einfach mal sagen müssen, dass bei einem Elfmeter nicht mehr die Doppelbestrafung gelten muss. Dass also eine gelbe Karte nicht zwingend gegeben werden muss. Und bei der Entscheidung, wenn man sie sich so oft anguckt, also weiß ich nicht, wenn man so unsicher ist, ob es jetzt wirklich eine hundertprozentige Elbe ist, dann kann man doch da jetzt auch nicht auf ein klares Foul und eine gelbe Karte entscheiden. Aber das soll nicht mein Problem sein, nicht unser Problem sein. Freuen wir uns darüber, dass der HSV dann am Ende wieder auf seinen Keeper zählen durfte. Auf den Keeper, der in der aktuellen Saison einfach überragend spielt und im Elfmeterschießen einfach besser ist. Das ist ja Wahnsinn, was der da macht. Drei Elfmeter gehalten. Ich weiß gar nicht, ob er den Dritten gehalten hat oder ob der an Pfosten war. Aber ist auch scheißegal. An vier Elfmetern war er dran. Einen einzigen Elfer hat er passieren lassen müssen. Ansonsten war bei allen dran. Und das muss man einfach sagen, das ist schon eine richtig große Qualität. Und er war es dann am Ende, der dem HSV den Sieg hier gerettet hat. Mit natürlich dem Doppeltorschützen Glatzel zusammen hat er den HSV hier auf Kurs gehalten. Am Sonntag wird ausgelost. Dann geht es in die Halbfinalpartien. Und der HSV erhofft natürlich auf ein Heimspiel. Union Berlin und Leipzig sind noch drin. Heute Abend spielen noch Bochum und Freiburg. Das Spiel war jetzt noch nicht zu Ende, bevor ich dieses Blitzfazit hier aufgenommen habe. Aber ist auch scheißegal. Es geht auf jeden Fall gegen einen Erstligisten. Heimspiel wäre natürlich da. Sehr schön. Ende April oder Mitte April. Ich weiß gar nicht genau, wann es ist. Aber im April auf jeden Fall ist das Spiel erst. Und bis dahin kann der HSV dann noch ein paar frische Kräfte tanken. Ich hoffe, dass ihr jetzt zur Ruhe kommt. Dass ihr heute Abend heil ins Bett kommt. Dass ihr euch ein bisschen ausruhen könnt. Dass ihr dieses Spiel vielleicht auch noch ein paar mal in den Highlights euch anschaut. Einfach, weil es gute Laune macht. Und dann wollen wir mal schauen, dass wir ab morgen wieder uns auf das Spiel gegen Nürnberg vorbereiten. Der Nürnberg, das kann ich jetzt schon sagen. Das wird auch ein ganz harter Gang für den HSV. Nürnberg aktuell gut drauf. Und ein schwerer Gegner auswärts. Wichtig, dort Punkte zu holen. Aber, und das muss man auch mal sagen, alle, die immer geungt haben, dass der HSV wieder zusammenbricht. Jetzt Derby-Niederlage da vorne, unentschieden in Sandhausen. Den sei gesagt, diese Mannschaft, sie lebt auf jeden Fall. Und wenn es am Ende nicht reicht, dann hat sie zumindest alles versucht. So wie heute. Das kann man einfach in jedem Spiel festhalten. Das macht der HSV. Und ich glaube, darauf darf man bauen, darauf kann man bauen. Und wenn man es am Ende dann auch tatsächlich bis zum 34. Spieltag so durchhält, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass der HSV, nein, ich bin mir sicher, dass der HSV dann bis zum Schluss ganz oben mitspielen wird. Und vielleicht dann ja auch den entscheidenden Punkt macht, um einmal direkt hoch zu gehen oder zumindest dann in die Relegation zu kommen. Also, aber träumen wir gar nicht zu weit. Pokalsieg, geiles Spiel, geiler Sieg. Eine Mannschaftsleistung mit herausragenden Torwart Daniel Heuer-Fernandes mit einem Doppeltorschützen. Robert Glatze mit einem starken Chuck Wittatze, der heute ein gutes Spiel gemacht hat für mich mit sehr guten Einwechselspielern. Mit einem Joshua Wagnermann, der gezeigt hat, dass er für das Spiel in Nürnberg schon für die Startelf bereit ist. Eine unfassbare Physis mitbringen. Ich bin mal gespannt, wenn er diese Physis noch richtig effektiv einzusetzen weiß, was dann noch aus diesem Jungen werden kann. Auf jeden Fall kann man hier hoffen, dass man noch richtig viel Spaß hat. Ja, Heuer wird fehlen am Wochenende, aber da ist mir nicht bange, solange ein Joshua Wagnermann da ist. Jan Jamra war heute ein wenig unglücklich, muss man einfach so sagen. David Kinzomi konnte seine Chance leider nicht so nutzen, wie er sie sich eigentlich verdient gehabt hätte, dass er sie nutzt nach den letzten guten Auftritten. Aber auch er wird wieder ins Spiel kommen und vielleicht dann ja auch in Spielen, wo er nicht so lange Wege gehen musste. Heute hat er ein paar Wege, die einfach zu lang sind für ihn. Da merkt man sein Tempo-Defizit. Und wenn er diese Wege nicht gehen muss, glaube ich, kann er ein ganz wichtiger Spieler werden. Gerade dann, wenn man ins Eins gegen Eins geht. Wenn man in die finale Zone kommt, ins letzte Drittel des Feldes, dann ist er meiner Meinung nach ein Spieler mit hohen und großen Qualitäten. Heute konnte er sie leider nicht so ausspielen. Aber auch das soll uns nicht Trübsal blasen lassen. Im Gegenteil, freuen wir uns darüber, dass es ein geiles Spiel war. Und ich bin mir ganz sicher, dass die ganze Mannschaft heute zusammengeschlossen feiert, so wie sie vorher zusammengeschlossen auf dem Platz aufgetreten ist. Das war richtig gut. Am Ende ein verdienter Sieg, ein hart erarbeiteter, aber ein durchaus verdienter Sieg für den HSV, nachdem er wirklich schwer in die Partie gekommen ist. Dieser HSV schafft es zumindest immer wieder, sich am eigenen Kragen aus dem Sumpf zu ziehen. Und das hat er heute wieder gemacht. Also, darauf darf man bauen. Euch allen einen schönen Abend. Und das Wichtigste ist natürlich, bleibt gesund. Bis dann. Ciao. Ja. Vielen Dank.